Ob Sie Handwerker sind, Dienstleister, Großhändler oder Chef eines produzierenden Betriebs, jetzt können auch Sie von einem Angebot profitieren, das in Deutschland bisher überwiegend anderen Berufsgruppen zur Verfügung stand. Anbieter ist die DV, Deutsche Verrechnungsstelle. Spezialisiert auf professionelles Rechnungsmanagement für Handwerk und Mittelstand. Ausgerichtet auf Produkte und Serviceleistungen, die Ihre Liquidität sichern. Bundesweit immer in Ihrer Nähe, in Person zertifizierter Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Vermögensberater sind besonders qualifiziert, Sie individuell auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele zu den Produkten und Serviceleistungen der Deutschen Verrechnungsstelle zu beraten. Sie über alle Details zu informieren, Anträge mit Ihnen auszufüllen und vorab schon mal auf eine Probefahrt mit Ihnen zu gehen. Um zum einen das innovative DV-Online-Portal auf Ihre spezifische Rechnungsstellung zu trainieren und Ihnen zum anderen zu zeigen, wie Sie in Zukunft Ihre Rechnungen hochladen und schon bald mit der Deutschen Verrechnungsstelle starten können. Mit Ihrem Begrüßungsset, das Sie als Kunde der Deutschen Verrechnungsstelle erhalten, eröffnet sich Ihnen eine Welt individuell auf Ihren Bedarf zugeschnittener Serviceleistungen und Produkte, wie DV-Abrechnung und DV-Factoring. Sie bringen Ihnen mehr Zeit für Ihre Kernkompetenzen, mehr Unabhängigkeit von der Zahlungsmoral Ihrer Auftraggeber, mehr Liquidität und mehr Gewinn. Im Mittelpunkt Ihr DV-Online-Portal, auf das Sie weltweit rund um die Uhr zugreifen können. Sie können Ihre vorhandenen IT-Systeme wie gewohnt weiter nutzen. Investitionen in neue Programme oder Hardware sind nicht notwendig. Durch die moderne Technologie entfallen umständliche Software-Aktualisierungen. Im DV-Online-Portal haben Sie Überblick über Ihr komplettes Rechnungsmanagement. Sie können über einen Kooperationspartner im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Bonität Ihrer Kunden prüfen und Ihre Rechnungen hochladen. Im Vorfeld haben Sie das mit dem Vermögensberater bereits bei einer Probefahrt getestet. Alles weitere übernehmen wir für Sie. Vom Versenden Ihrer Rechnungen bis zum möglichen Mahnverfahren. Über das Passwort, das Sie neben weiteren Informationen mit Ihrem Begrüßungsset von uns erhalten, bekommen Sie Zugang zum DV-Online-Portal. Alles, was Sie sonst noch brauchen, um sich einzuloggen, Internetzugang und Ihre E-Mail-Adresse. Und so einfach geht's weiter. Nach dem Login gelangen Sie direkt über die Startseite des DV-Online-Portals zu Ihrem Produkt. Zum Beispiel DV-Abrechnung. Hier haben Sie erstens Überblick über den Umsatz des aktuellen Geschäftsjahres. Aufgeteilt in den jeweiligen Status der Rechnungen. Bezahlt, offen und fällig. Zweitens können Sie Ihre zuletzt hochgeladenen Rechnungen einsehen und drittens über den Bereich Anfragen mit uns kommunizieren. Zum Beispiel zu Ihren Rechnungen. Maximale Sicherheit mit DV-Abrechnung von Anfang an. Die Bonitätsprüfung Ihrer Privat- und Geschäftskunden über einen Kooperationspartner im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch die Ampel können Sie schon im Vorfeld auf den ersten Blick erkennen, wo Sie besser etwas vorsichtiger agieren und mit wem Sie bedenkenlos eine Geschäftsverbindung eingehen können. Nutzen Sie das Produkt DV-Factoring, starten Sie statt der Bonitätsprüfung vorab eine Limit-Anfrage. Nach Bearbeitung der Limit-Anfrage erfahren Sie über das DV-Online-Portal, ob die Kundenrechnung von unserem Partner ABC Finance angekauft werden kann und der Rechnungsbetrag zu 100% innerhalb von 48 Stunden auf Ihrem Konto ist. Nachdem Sie Ihre Leistung für Ihren Kunden erbracht und geliefert haben, laden Sie Ihre Rechnung ganz einfach als PDF im DV-Online-Portal hoch. Um alles Weitere kümmern wir uns. Wir erzeugen aus den Inhalten Ihrer Rechnung eine Rechnung mit dem Absender der Deutschen Verrechnungsstelle. Wir drucken die Rechnung aus, versenden die Rechnung an Ihren Kunden und überwachen den kompletten Rechnungsverlauf. Sobald dann das Geld bei uns eingegangen ist, überweisen wir am gleichen Tag an Sie weiter. Ohne Verzögerung, ohne Abzug. Angenommen, zum vereinbarten Fälligkeitsdatum ist kein Zahlungseingang zu verzeichnen, müssen Sie sich auch nicht um das Mahnen kümmern. Das übernehmen wir für Sie mit einem geordneten kaufmännischen Mahnverfahren in drei Stufen. Und damit Sie über jeden Schritt informiert sind, den wir unternehmen, halten wir Sie im Bereich Anfragen in Ihrem DV-Online-Portal ausführlich auf dem Laufenden. Warum es für Sie vorteilhaft ist, wenn wir Ihre Rechnung vor dem Versand mit unserem Absender versehen? Die Praxis zeigt, dass Rechnungen, die von einer Verrechnungsstelle verschickt werden, eine größere Akzeptanz bei Kunden haben als Rechnungen, die den Absender des Leistungserbringers tragen. Externes Rechnungsmanagement mit dem Produkt DV-Abrechnung hat in der Summe viele Vorteile für Sie. Gebündelt im DV-Effekt. Ihre Kosten reduzieren sich deutlich. Zahlungen gehen schneller ein. Ihre Liquidität und Ihr Gewinn werden erhöht. Zudem sind Sie bei DV-Abrechnung jederzeit Herr der Lage, können in Prozesse eingreifen und individuelle Absprachen mit Ihren Kunden umsetzen. Die Mitarbeiter in unserem Service-Call-Center unterstützen Sie dabei. Legen auch Sie mit externem Rechnungsmanagement eine Punktlandung hin. Ersparen Sie sich viel Stress. Konzentrieren Sie sich wieder mehr auf Ihre Kernkompetenzen und machen Sie sich unabhängig von der Zahlungsmoral Ihrer Kunden. Mit der Deutschen Verrechnungsstelle. Als Partner an Ihrer Seite.